Das Leben heute, das ist härter. Heute muss jeder gucken, wo er bleibt. Du bist mein Hoffnungsträger, ne? Ich weiß noch gar nicht, was hier blüht. Das ist die Beste von allen. Ich nehme da Garantäen. Ich habe auch sehr hohe Angebote gehabt. Ja, 350.000 Euro. Wir sind nur ein kleines Rädchen, um den Großen am Scheißen zu halten. Sehr wenige Leute kontrollieren die Welt, aber das sind nicht die, die man kennt. Wenn hier ein bekannter Züchter Tauben versteigert, dann sitzen die Bieter überall auf der Welt. Wir sind auch mit den Schatten. Wir sind auch mit den Schatten. Die Schatten, die Bieter, die Bieter sind nicht mehr. Der erfolgreichste. Du wirst nicht wissen, wie sie gelaufen sind. Sie gelaufen. Sie gelaufen. Wenn ich nächstes Mal komme, muss die Taube im besseren Zustand sein. Oder bist du kein Manager mehr? Wann soll ich denn final glücklich sein, wenn ich das teuerste Modell, was es auf dem Markt zu kaufen gibt, mir leisten kann? Umso früher, wie du es bemerkst, wie die Spiele laufen, umso einfacher auch selber. Dann höre ich lieber mit der Welt, wie sie mich fressen. Ja. 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 Ja.